ob dieses setup funktioniert mit zwölf minuten weil ich muss ja noch von ein ding zum anderen rennen und alles kaputt machen darauf würde ich mich nicht verlassen noch nicht wir sind schon drei gegner eine sekunde vor landung schon direkt jemand erledigt ich habe gerade links dann war ich kaputt es ist um eine nacht zu senden okay ich habe das nicht ich hätte wahrscheinlich gar nicht mehr besorgen ich hoffe das nicht leute mit allen eingeballert aber doch das reicht okay er ist kaputt er kann jetzt aber auch nicht herunter wir sind nähen hier kommt ja auch nicht runter okay wie bist du bitteschön da abgeprallt ist ein geschützt turm weg 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 das war eine ich habe gerade alles auf ich habe alles auf dings hier auf cool down jetzt war da oben noch gehen in die richtung dann sehe ich eine fabrik habe ich bei mir ist alles auf cool down gerade das war eine reine der wir seiner schönen abschließend muss er sehen dich treffen wo ich bin also nicht in der nähe aber naja blau ding ist da ist eine richtung in sechs minuten müssen wir evakuieren hat aber schon mal nicht geschafft da geht es ja gut wenn wir es gerade recht ich habe ketten segentür getötet das spart voll am buch hier gibt es auch super selten der mission ist auch super selten und mei oder gehen wir nur naja wollte ich mal sagen also bloß jemand kommen wir alle meine dinger sind wieder bereit dann kommen sie schon wo das hat leute ich gehe mal ja nicht mal lieber ich finde es hat dingen in schwer besser als die quasi kanone 20 sekunden wow ganz ruhig weiter ganz ruhig irgendwie spacken jetzt immer irgendwie spacken die bei mir jetzt mal ab mit dem boden wir haben beiden da wird er aber vor uns gelang kurz knapp ich kurz knackig und erledigt außer grabe unfair da müssen wir machen dann in sechs minuten ohne zu sterben ja ja wie soll man machen drei minuten heftig jetzt für vier leute auf extrem was war bekannt jetzt hat man auf dieser welt auch nicht auch nicht die prozentzahl von leuten die wahrscheinlich dann gezeigt wird beim erfreulich gleiche sieger siegespose also mal die gleiche oder ist auch irgendwie ich habe zufällig war das 50 prozent präzision jeder zweite treffer ein jahr zweites schluss ein treffer ich kann nur die hälfte der zeit der galaktische krieg ruft man auf einem anderen planeten wo die dinger besser sehen können wir es mit eis extreme kälte phasen mit eisigen temperaturen reduzieren die feuerrate und funktionen die wärmeerwicklung von waffen bewegt sich dann auf einen von uns aus hat auch meine taktik ausrüstung ist aber wir sind im erfolg der operation noch einen schritt näher kommando bunker zerstören und doppelteil verteidigung neutralisieren fdl sprungverbreiten für löfter system ok was dafür ein zeichen feindliche bios prozessoren die bautzeiligen organisch materie um sie verdorbene und demokratische zwecke zu benutzen antwort schon mal so kleine mg geschützt platz optimierung wo mein pro sieben zeichen heute granaten für den werfen einen moment um sie auch abkochen zu lassen haben wir den wurf so dass sie in der luft explodieren hinweis kann auch zum tot führen ich glaube so bin ich sogar auch einmal gestorben oh ja das bin ich musste dann hat er mal sofort sein und schon a tsts wir sind tot weiter sind noch mehr und dann mal zwei ich weiß nicht ob ich die treffe manchmal oder nicht mit meinen dingen was schießt du die ab ich habe nicht heute kommt welche nein nein ich habe keine munition ja 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 kommt ein bisschen verstärkung klappt euch hier leck mich leute aber was also was im ding seien platziert erst so ein schild gerade platziert das ist voll hilfreich manchmal eigentlich die fabrik da hat sie fabrik hier dahin leben von aus einfach so ich habe mein ding auch mein egal wo also voll geil ich meine da ist mein ja 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 wir schon die munition ausgegangen hier mein privatwaffe willkommen kollegen das noch als noch eine glaube ich oder ja also hat sie die mien da ich habe so viele rote lichter gesehen deswegen da müssen wir aber nicht hin müssen da lang muss man hat auch mal zu zweit geschafft hier in amfang gegen halbwegs ganz aus dem schild aus dem schild aus dem schild dass diese barriere wieder oder macht und dann ist so ein anderes punkt dingen das ist nicht gut wenn er uns sieht dann tut er immer wieder neue truppen und daher neue drofs dazu sind wir aber gerade die fabrik da erledigen so weit so weit also bestimmt geschützt aber ich sehe die nicht dabei auch gar nicht gesehen ja warum ich habe gar nichts gemacht man also super das fabrik auch kaputt nehme ich an portieren nervt immerhin natürlich ist ja ein ding er kommt mich an guck weg jetzt zu mir ich bin auf ein pferd auch mal leute man wollte rein leute das schon kurze rein ich war kurz noch weiter rein zu geben ich kann überraschenderweise gut zurecht ja so muss ja andere person irgendjemand ist tot eine vierte person ist einfach tot jetzt nicht ich kann nur eine sekunde kurz raus direkt vor ihm mitten ins herz war eine sekunde ja darüber geguckt ist fähig ich wollte ich den links das ding noch da die mission haben wir einmal gemacht als bei der erste mal auf einer höhere stufe gespielt hat der ganze fette ding da ist der kommando bunker dann auf der schießt zurück ich würde da nicht so nahe hat der so am leben ja wir sind noch nicht sehr hält und glaube ich viel aussehlt mehr über 500 aus ok ich war auf meinen rhein da war schon kommt er wäre noch am ich habe mich erinnert und geschaut ist bestimmt lauerte wo war ganz ruhig kollega ganz ruhig erstmal muss ich euch doch sehen da kommt euch hier mit wenn auch viele leute natürlich habe ich ging oder über die wand geschossen leute ich versuche hat die leute hier zu erledigen man geschützt sich macht hat aber ich glaube ich habe den dingen zu finden oder ein stein ist er hat dachte ok wir müssen wir müssen da lang und keine einzigen proben leute ich habe mal kaputt gemacht da habe ich ja ich kann es versucht die ganze idee da ist noch ein panzer großen panzer ich suche gerade proben und so aber irgendwie sind nichts gibt es doch nicht mal so eine gewonnen ja ich habe selten gewonnen ok ok bruder ist noch eine bessere waffe als die du gerade da hast die ist purifier das ist im prinzip noch eine stärkere version von deiner waffe nach dem letzten update ist jetzt richtig overpower primär waffe die hat vorher keiner gespielt die war nicht so gut jetzt ist die richtig gut nach dem letzten update was jetzt gar mehr das ist auch eine plasma waffe die kann nicht unglaublich schnell schießen die kann auch einen aufgeladenen schuss abgeben was gibt es die schulden die gibt es dann die waffe du hast die noch nicht dafür brauchst du die kriegsanleihe die ich habe die hast du nicht äh 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 also voll gemütlich so das war schon beim letzten mal so also ja aber 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 auch gott na na jetzt muss er ein oder auch hier in der nähe aber wenn beide wir sind doch zu dritt jetzt wieder eine menge drops gerade da wo sind meine sachen wo ich schon wieder mit ein ding hier meiner gewandt ich konnte nicht mehr aufstehen ich wurde wieder geschossen ich vergesse mal ich meine exo dingens noch habe ich doch die schießen dann ziemlich schnell kaputt naja naja jetzt ja gott ja naja ja naja jetzt komme ich ja ja das ist ja auch fakt 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 ich bin hier tot ich bin tot ich werde dich ich werde dich gern geschehen alles klar ich werde schon anbrennen nein gott ich war gar nicht nach der bunker der schießt die ganze zeit an oder was war ja das ist ja denn er ist gar ein bisschen damit jetzt wenn wir noch das das geht hey wir wir ich hatte auch noch eine anhand war ich habe meine raketen darauf schießen aber ich glaube einer von uns ich habe einer von den kollegen hat irgendwie so den brandpott das ist nicht wo du gerade bist wo du gestorben bist es geht nicht mehr abgelenkt einer von uns ja ja habe ich gemerkt okay das markierte rein gezwiebelt die hat es gebracht und jemand hat eine höhlenbommerade gespacht und jemand hat zwei leute er macht aber glaube ich gar keinen schaden weil diese brandpott ja okay man war vielleicht nicht nah genug da gerade jemand gesagt nicht in die eier so werden wir in der höhlenbommerade ja ich habe mich weg gepustet aber ich habe keinen schaden genommen mein gott das würde ich ja battlefield spielen über sind explosionen gucken wo du ihn gehst warum steht die eine person da habe ich eine art hat eingebaut ja okay war eingeworfen in den kaputten panzer da haben wir jetzt alles getorn meine güte keine proben da gibt es ja werde ich ich habe hier doch schon welche aufgesammelt ja aber nur eine oder zwei oh gott ein ist noch eine großfabrik glaube ich beim shop werden da hinten wir sollten da hinten irgendjemand zum bot abwurf aktiv ist hat aber eine fabrik wie da so komisch aus nur eine halbe kaputt gemacht und das flugschiff kaputt gemacht auch sehr ganz wir sind eine leiche hallo ich erinnere so mitten im busch gott hat er eine feier ich habe ein panzer ist ein panzer ich weiß nicht ich werde einfach immer da rein mein gott man kann es ja mal machen war das geld was raketen ich brauche auch zufällig raketen ja er macht gar kein schaden oder ok kleinen camper mal rein mit tschüss weg ist okay haben wir alles die rakete ist genau mir vorbeigezischt wir schafft ihr es da einfach so zu stehen und ich bin hinter euch wird hier voll getroffen von den dingen und hier steht einfach nur da gibt es noch nicht mal hier steht dabei einfach so mit kein 1 jetzt mal trocken ich stehe da hinter euch der rakete tisch direkt an mir vorbei wird voll abgebildet gibt es doch nicht ich bin die ganze bewegung so ja die stühle einfach gibt es da weil ich werde ja gemacht vor dem spiel anforderung scheine wenn man dieses dieses neue blaue da machen ist eine fabrik ich mache da schon kollege durch die explosion weg ja ja habe ich gesehen er hat gerade die fabrik damit abgeschossen voll gemütlich erzählt die dinger kaputt zu machen von der rakete rein und wo wir sind weg abhängig abhelm nein danke hier bitte wo anscheinend noch mal irgendwas erledigt gut und hier kommen gegner hier kommt und links vom gegner da habe ich gesehen wieder beinahe nicht getroffen hat gerade in gas dingen auf dem panzer geworfen ganz sicher wird man sonst mache ich das ja ich bin gerade auf dem weg ich kann auch ganz aus abschließen das problem ist nicht wirklich die munition und der problem ist immer hier eine action nachladen zu müssen ich glaube ich nein die habe ich verfehlt da ist eine fabrik 100 meter okay da war ich wohl nicht nah genug dran letztens das war lustig die fabrik war vielleicht evakuieren schon aus der fabrik da ist noch eine jetzt proben mäßig aus ok zehn proben da ist auch mal cool zeit nein ja ja hat mir jemand die vorher weggeschossen da war von links kommende menge die grüne personen hat eine ganze horde an leuten da hinter sich und zwei leuten ich habe es nicht gemerkt ja da die explosion da bin ich ungefähr er sagt mir nicht die eine person ruft ist also ich gehe es noch mal zu dem satelliten im proben und so schluss weiß rucksack als ein halk ich habe ja auch den geschossen wieso rauert er leicht ist mir vorher ins gesicht gesprungen damit geht das nicht schade so man schon proben und so geguckt sind da die roten sachen also hat als min auf der linken seite ich meine da in die richtung wo was geht euch dann können wir gehen oder zehn minuten außer jetzt noch irgendwas zum aufräumen hier dachte ich dann mal wieder sagen würde auf den schwierigkeit da kommen leute überall er geht sofort da rein ja das sieht nach links aus darf ich auch keine motion mehr mit meinen raketen zum roboter hat einfach nur gestanden da wer hat sich mit da war ich glaube die person hat damit den roboter angefreundet hat ja angeguckt nichts gemacht ich habe ihn erschossen in freundschaft ruiniert und der klar leiden da bist du verrückt andere spiel ja gerade eine person scheint auch irgendwie zu vergessen hat man ja diese dinge explodieren jetzt die holen potz und jetzt genau daneben gestanden weggepustet wir sind hier im bild stopp 22 pro goethe dürfte was kann dir das ding nicht rufen durch taxi rufen wir sind jetzt drei hier wir haben super seltene drei minuten noch nicht noch nicht aber sie ja doch ja wie mit dem mg hier weg gepustet außerdem die war umzingelt von anderen muss ich da auch versuchen zu helfen was da hinten ist ein panzer der auf mich schießt ja vorsicht was möchte ich nicht um rennen kollege vielleicht mal die brennung stand da hat jemand gestorben ist nicht ganz nichts beweisen aber ich bin okay wir schützen mich ich habe die super seiten den dinger direkt kollege ich habe mein geschützter platziert was habe ich schon genommen keine angst kollege ich werde dich aber ich war ziemlich ich bin mit dem rückwärtssprung eingesprungen hast du das spiel nicht in hell du standst also da jetzt wird irgendwie noch ich wollte noch leute wenn ich machen wollen ich strecke mich doch nur nein eine sache hat gefehlt das war gut zum fahren mehr mehr an leuten wenn wir wieder aufs maul wollen dann können wir ja wieder privat zu zweit machen spiel